Einen herzlichen Buenos Dias und frohe Ostern an alle und ja, wir machen mal wieder weiter. Priny, can I really be the hero? Ich hoffe, ich kann's sein. Wir müssen noch vier Stunden durchmachen. Ich hoffe, es werden keine richtigen vier Stunden draus, also es sind hier, also spielmäßig, bla. Wir haben noch ein paar Priny's, das reicht. Und ganz ehrlich, ich denke, es wird nicht so einfach werden. Ich habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht eine Flasche Wodka nehme und mir das Ganze ein wenig angenehmer gestalte, weil es wäre viel schöner, wenn du angetrunken, besoffen wärst. So, gucken wir mal hier rein, was halt uns erinnert zu sein und bestimmt immer wieder schön viel Gutes. Meister Edna, wir sterben viel zu einfach, viel zu leicht, Dude. Es wird jede Sekunde weniger von uns geben. Das ist halt der Lauf des Lebens, nicht wahr? Das ist der Kreislauf des Lebens, nicht wahr? Ihr sterbt und deswegen muss ich es nicht. Aber ziemlich schnell werden wir völlig ausgelöscht sein, Dude. Okay, jeez. Ich könnte mich in Pringer X verwandeln, wenn ihr wollt. Pringer X scheint so eine Art weiterentwickelte Form von denen zu sein oder sowas. Keine Ahnung. Äh, ich denke schon. Dann werdet ihr niemals sterben und könnt für immer meine Sklaven sein. Hört sich das nicht toll an? Äh, ich glaube, ich nehme das doch nicht an, wenn ihr kein Problem damit habt, Dude. Ja. Wir wollen natürlich nicht ewig für Edna dienen und, äh... So, jetzt geht's zum Aged, also zum gealterten So-und-so-Altar. Aha, 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 okay. Ja, also, dann wollen wir mal. Einfach so. Warum übersetze ich das? Äh, krass! Ich habe jedes, äh, jede... ...bekannte Zutat im Universum gemeistert. Ich bin der Kuchen-Mix-Meister, der Sauer-Kender-Rubber, der Flieber-See in Spice-Tee! Ich bin der Kuchen-Mix-Meister, der Sauer-Süßigkeiten-Vermixer, äh, Vermischer, äh, Einwickler, der Geschmacks-Typ Spice-Tee! Boah, voller Rapper-Name, Alter! Ja, ja, das wissen wir doch alles! Kannst du dich nicht einfach beeilen, Dude? Keine Zeit für einen Reim, mein Mann? Hm, keine Zeit für einen Reim, Mann! Okay, lass uns mal nachschauen! Ähm, und, was ist los, Dude? Oh, Himmel! Die sind fantastisch! Oh, Himmel! Die sind fantastisch! Ja, da ist ein, äh, Holz... ...ein Ast dabei, da ist... Ach, was da nicht alles mit dabei ist. Irgendwelche... Ein Knochen ist, glaube ich, auch mit drin. Äh, was sollen das für Zutaten sein? Wir können ganz sicher das Ultra-Dessert machen! Ohne Probleme halt! Juhu! Das ist es? Es ist nur so einfach? Wie bürgerlich! Was? Das ist... Äh, das war alles? So einfach ist das? Wie langweilig! Komm, mach doch mal ein bisschen Dampf! Gib den Prinnies mal irgendwas, äh... ...womit, äh, was sie zum Schreien bringt! Ist das, worum es die ganze Zeit ging, Dude? Was ist das? Oh mein Gott! Es ist groß! Es ist böse! Es... Hier ist, äh, der allmächtige, äh, Roboter-Küchenhelfer! Der Chef-Bot 9000! Okay, jetzt gibt's wirklich was zum Schreien. 9000? Warum gibt's das Ding überhaupt? Oh, du hast es so lange und langweilig! Be silent, Absurd! Der... Der... Der Weg zum Geschmack ist lang und gewunden! Seid ruhig und schaut zu! Nun, lasst uns... Äh... ...schütteln, rollen und rasseln! Zeit für ein Koch-Battle! Ein Koch-Kampf! Äh, Koch-Wettkampf? Koch-Battle? Sag ich einfach jetzt so. Dude! Nun, wir sprechen! Hup, gute Glück! Dude! Das meinte ich! Nun, viel Glück, Dude! Oh Gott! Chef-Bot, Chef-Bot... Wo ist er? Oh, 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 oh! Oh, fuck! Ach, übrigens, ich hab'n geringes bis mittelschweres Problem. Ich hab' nämlich letztens meine PSP wohl... Wo kann ich den Typ eigentlich... Was kann ich machen, damit der... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott... Äh, ja, also ich hab' meine PSP runterfallen lassen und... Boing! Und, 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 ja... Dabei ist wohl irgendwas mit dem Steuerkreuz... Das hätt' ich mir eigentlich denken können. Äh, mit dem Steuerkreuz passiert, dass ich nicht mehr so gut nach links lenken kann. Ich wette, ich muss die Bomben in das Loch schießen. Ich wette es. Ah! Oh, fuck. Ah, ne! Wieso liegt denn das Machen hier? Und los. Ja! I'm finished! Also, okay. Wenigstens fangen wir hier gleich mit nem Kampf an. Das ist doch mal schön. Und weg, weg, weg! Boing! Warum nehm' ich das Ding auch auf? Verdammt! Wenn ich jetzt wenigstens besoffen wär', würde es nicht so aussehen, als ob ich schlecht wär. So, gucken wir mal, ob, ob vielleicht... Äh, das wollte ich doch nicht. Gucken wir mal, ob wir da drauf springen können, sodass wir vielleicht... Und dann müsst ihr erstmal die richtige Sprungreichweite finden. Äh, nein, es geht nicht. Okay. Ich kann da nicht rauf springen. Ich muss den wohl mit Bomben fertig machen. Subi. Hooray. Oh, boing! Warum renne ich da rein? Nein! Okay. Es werden ein paar Prinnies draufgehen. Ja, das glaube ich. Ja, das weiß ich. Vor allem, wenn er der Typ dann... Ja, weiß nicht. Irgendwann noch mehr auf dem Kasten hat. Hilfe! Wow! Ha! Weg, weg, weg! Äh! Verdammt! Wie kann denn sowas nur passieren, ey? Äh! Äh! So. Abo! Zu nah dran. Okay, aber jetzt... Was? Nein, ich will's nicht speichern. Warum? Pa! Brauch ich nicht. Na los. Äh. Äh! Weg, weg, weg! Shit, weg! Äh! Ich wollte's nur wegwerfen, hat nicht mehr geklappt. Nein, will ich nicht! Ah, wieso... Wieso drücke ich auch immer diese Taste? Keine Ahnung, weil's die gleiche ist, mit der ich auch... ...was hochhebe. Bam! Ja, so sieht's doch nicht schlecht aus schon mal. Jetzt darf der halt nur noch mal. Oh, oh, oh! Was macht der denn? Hilfe, Hilfe! Was macht der? Äh, das ist nicht gut. Ah, okay! Er geht dann wieder zurück. Ah, na dann, na! Warum hab ich mir überhaupt Sorgen gemacht? Haha! Dschung! Jetzt bist du weg. Oh, was ist das? Oh, nein! Ich wollte den Zettel haben! Nein, ich will nicht speichern! Meine Güte! Wollen sie speichern? Nein! Sind sie sich sicher? Ja! Wollen sie wirklich nicht! Das wär doch schön! Mal! Hilfe, Hilfe! Jetzt wird's aber! Oh! Fuck, 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 fuck! Oh, ich hasse es! Meine Linkstaste will nicht mehr, wie ich will! Hilfe! Nein, nein, nein! Wow, das geht ja echt! Autsch! Was zur Hölle! Was ist das? Ich hasse es! Ach, komm schon! Wusch! Weg, weg, weg! Geh doch! Weg, weg, weg! Ich mach' dich noch, ich mach' den noch irgendwann fertig hier! Irgendwann! In tausend Jahren! Nein, nein, nein! Weg, weg, weg! Bomben! Ich liebe sie! Ich liebe euch, Bomben! Oh, scheiße! Jetzt kommt er wieder! Nee, doch nicht! So, jetzt wieder ich ran! Ja, genau! Hau mich! Oder versuch's zumindest! Oh yeah! Oh yeah! Weg, weg, weg! In drei Minuten den Zuschauer... Öffnen! Hilfe, Hilfe! Na komm, hau mich! Äh, doch nicht! Dann eben nicht! Dann, dann, dann jetzt hier! Schlag mich! Ja, ich steh drauf! Oh, und weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Puh! Jetzt hau mich noch mal! Hau mich! Komm, du willst es! Ja, du stehst drauf! Yeah, ich wusste es! Ich hab' noch keinen blassenen Schimmer, was es damit aufsichert, mit dem Vieh... Oh, yeah, yeah, yeah! Und fawawawawamm! Schabbadababum! Oh, fuck, fuck, fuck! Boah! Aber trotzdem, der hält was aus! Der hält was aus! Der, 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 der... Auf was der aushält, ey, das glaubst du gar nicht! Oh, Mann! Jetzt komm! Jetzt, jetzt, jetzt... Jetzt macht er ihn nicht fertig, weil er in die Schlüssel... Ding... rein... Nein, ich will nicht saveen! Meine Güte! Ich will auch nicht auf diesen Knopf kommen! Äh, das war nix! Boom! Wie hoch muss ich denn springen und werfen und alle, damit ich den auch wirklich... Damit ich dem einen Kopf wegnehme! Ein, ein, ein Totenkopf! So, ja, so mach ich das! Äh, scheiße! Au, au, au! Boah, hab ich das gut gemacht! Das hab ich so gut gemacht, ne? Das war schön! Jetzt muss ich ihn nur noch mal treffen! Ja, genau so! Komm, reicht erst mal! Damit er wieder aufstehen kann! Mö, da ist er wieder! Ho, ho! No, 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 no! Der war knapp! Der war richtig knapp! Ah, wie... Wie mach ich das? Wie zur Hölle mach ich das? Nein, ich will nicht! Äh, oi, 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 oi! Kann ich diese Dinger... Ah, ich kann die nach oben werfen! Cool! Bringt mich aber auch nie weiter! Wo, 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 weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Weg, weg! Ja, Taki, mich! Ja, Taki, mich halt noch mal! Hilfe, Hilfe! Bin da! Oh, fuck, 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 fuck! Jo! Ja, jetzt hab ich ihn wieder! Oh, komm schon, komm schon! Ja! Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Nein, 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 nein! Du kriegst mich nicht! Na, komm! Komm! Schieß, äh, Schlag! Ja, tu es! Ja! Schön! Schön, schön, weg! Boing! Ich renne auch noch mit rein! Oh, der Chef-Bot ist nervig! Wow! Und er macht keine Anstalten, um nerviger zu werden! Wusch! Wusch!